Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing von einem Online Low Budget Supermarkt. Mutatos. 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 Finde ich viel witziger. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was ich in diesem winzig kleinen Paket hier nicht winzig klein verbiert, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mutatos oder Mutatos kam letztens bei Galileo im Fernsehen und daraufhin haben mein Freund und ich uns hingesetzt und das einfach mal gegoogelt bzw. haben uns dann diesen Shop dann rausgesucht und haben uns überlegt, dass es ganz witzig wäre, da einfach mal zu bestellen. Also die kaufen quasi Restbestände auf von anderen, um sie dann günstiger im Onlineshop zu verkaufen. Also wir haben für dieses riesengroße Paket mit dem Inhalt, was wir gleich alle zusammen sehen werden, 50 Euro bezahlt ungefähr. Ich glaube 50,50 Euro oder so, es war nicht viel drüber. Ich glaube, ich blende euch die Preise auch ein, die wir dafür bezahlt haben, wenn ich das noch irgendwie rauskriege. Und genau, manchmal sind die Produkte kurz vor dem MHD oder tatsächlich auch schon das ein oder andere ist drüber, aber ohne Witz jetzt. Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. Und die haben auch tatsächlich in diesem Beitrag von Galileo erzählt, dass die halt immer mal wieder dann auch die Bestände, die die haben, im wahrsten Sinne des Wortes testen und probieren. Also dass die einfach gucken, inwiefern die Sachen noch haltbar sind. Und ja, ich bin wirklich, ne, waff. Es ist ein riesengroßes, schweres Paket. Man konnte halt, wenn man das immer in den Einkaufskoop gelegt hat, sehen, wie voll das Paket ist. Und wenn das Paket zu voll gewesen wäre, dann hätte man quasi ein zweites Paket gehabt und hätte dann nochmal gucken müssen, dass man die Versandkostenfreigrenze erreicht. Ne? Also man hat quasi eine Versandkostenfreigrenze ab x Euro. Ich weiß jetzt nicht mehr, ab wie viel das war. Die haben wir natürlich erreicht. Und ich glaube, wir haben das Paket zu 97% befüllt. Ne? Also ich merke es auf jeden Fall. Es ist groß, es ist schwer. Es steht hier ein bisschen hoch. Es ist nicht sonderlich gut zugeklebt. Ne? Also ich habe jetzt eben nur den Adressaufkleber weggemacht. Ansonsten habe ich hier ein Klebi. Einen Klebestreifen. Und, äh, also einen längs, einen quer. Also wirklich mega gut zugemacht ist es meiner Meinung nach nicht. Ich bin auch sehr gespannt, wie dann die Produkte hier im Inneren aussehen werden. Dann, äh, ja. Mal gucken. Ne, Sammy? Ich weiß gar nicht, ob ich sogar was für... Ne, für Sammy habe ich nichts mitbestellt, glaube ich. Weil die hatten da nur so Dentalsticks irgendwas und die frisst Sammy nicht so gerne. Und, ach, guck mal. Ne, das ist noch ein großes Bestand. Ne, das waren wirklich nur zwei Klebestreifen. Ähm, gut. Ich finde die Idee dahinter übrigens gut, ne? Also das ging auch sowieso um Nachhaltigkeit, keine Lebensmittelverschwendung und so weiter. Wir haben ja die HelloFresh-Box, deswegen werfen wir auch super wenig Lebensmittel weg. Ja, man hat einiges an Verpackungsmüll mit der HelloFresh-Box, aber wir mögen sie trotzdem sehr gerne. So. Ähm, genau. Deswegen sind wir auch schon seit ziemlich langer Kunde, aber kein Kooperationen-Gedöns. Ne, also das hat mein Freund organisiert. Äh, die oben drauf haben wir ganz... Wie ihr seht das, warum hüte ich das hoch? Ich bin ein Vogel. Okay, da haben wir auf jeden Fall ganz viel von diesen... Ich hätte es auch einfach so machen können. Äh, Verpackungsviechern. Ähm, ist ganz praktisch. Die werde ich immer weiterverwenden, ne? Sammy, willst du da noch spielen? Ich glaube, ich stelle den Karton auch mal runter, oder? Wollt ihr das immer so sehen? Ne, komm. Ich stelle das auf den Boden, dann seht ihr vielleicht auch mal Sammy. Ich kann dieses Ding nicht bewegen. Hör! Dude! Dude! Oh! Ich habe euch bedenken, dass ich... Also ich hatte gerade bedenken, ob ich vom Stuhl falle. Ähm, ja. Da wir ja die HelloFreshbox haben, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt viele Grundnahrungsmittel. Das heißt, dieser Food Haul, den ihr jetzt hier von mir seht, das ist so ein bisschen wie ein Kindergeburtstag, ne? Sammy, was machst du denn da? Hast du dich jetzt gestoßen? Äh, du bist ja auch blöd. Was ist denn sowas? Wie man ihn an, man sieht ihn leider nicht. Er hat jetzt gerade Sitz gemacht und guckt mich ganz verstohlen an. Okay, wie gesagt, wie ein Kindergeburtstag. Und man hat es halt häufiger, dass du das dann in größere Mengen bestellen kannst. Okay, Crunchyps, Cheese und Onion, die sind für mich. Ähm, mag ich eigentlich ganz gerne sowas. Die machen natürlich so ein bisschen Pappmaul, ne? Bis zum 11. Mai ist es nämlich haltbar. Aber wie gesagt, danach kann es halt sein, dass die vielleicht ein bisschen pappiger sind. Aber es ist halt immer noch essbar. Ähm, da habe ich noch einen Kaffee, Cheese und Onion. Und es kann sein, dass man halt ein bisschen davon pupsen muss, ne? Aber ich glaube, damit komme ich klar. Deswegen habe ich mir noch einen bestellt. Ich glaube, das waren 4 oder 5er Pack. Dann habe ich mir auch noch die Gesalzenen von Crunchyps bestellt. Die sind hier bis zum 29. März haltbar. Aber so eine Tüte Chips, die geht bei mir auch ratzfals näher. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen habe ich mir noch eine bestellt. Jetzt sehen wir, was noch brauche ich denn da? Ähm. Und noch eine. Ich glaube, das war immer so im 4er Pack oder so. Oder im 5er Pack. Schieß mit Onion. Ich habe solche eingeblendet. Oder im 6er Pack. Wie viel habe ich davon bestellt? Oh, 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 Savi. Oh, 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 oh. Die hat mein Freund bestellt. Netrex Sea Salt and Pepper. Das ist für ihn. Und die sind bis zum 31. März haltbar. Ja, wir haben jetzt heute den 11. März, wo das ankommt. Und ich glaube, wir haben das bestellt letzte Woche Freitag. Also heute ist Donnerstag. Also quasi vor einer Woche. Aber eben durch diesen Beitrag bei Galileo hatten wir ja sicherlich auch einen sehr großen Ansturm. Also normalerweise verschicken die, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden oder so. Ich glaube, wir haben ja irgendwas auch gekühlt drin, oder? Weiß ich nicht. Es fühlt sich so kalt an. Gut, draußen ist kalt. Es hat eben gehagelt sogar. Das ist ja fast schon Aprilwetter. Das ist nicht wahnsinnig. Ich gebe das mal von außen einfach an meinen Schreibtisch, dieses Klebeband. Die hat mein Freund sich auch ausgesucht. Oder war ich das? Nein, ich war mein Freund. Von Lorenz die Rohscheiben-Kartoffelchips mit Steinsalz. Die sind auch bis zum 29.03. haltbar. Und Sammy denkt die ganze Zeit, der kriegt auch was. So viel zum Kindergeburtstag. Ich liebe sowas. Mao Am, Mao Mix. Ich glaube, die nehme ich sogar mit zur Arbeit. Und die sind, ich weiß gar nicht, wie lange haltbar ist. Auf jeden Fall so ein XXL 400 Gramm packt. Das ist schon ordentlich. Ich mag gerne Mao Am. So, muss ich ja sagen. Aber nicht jeden Tag. Also, so auf der Arbeitsbühneben, weil mag ich die richtig gerne. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um gefühlt fünf Jahre. Oh, ich bin ein Blindflansch. 06 20 21. Okay, also im Prinzip nur drei Monate haltbar. Das kriege ich locker. Der Kindergeburtstag geht weiter mit Twix Top. Das sind diese hier. Fand ich sehr interessant. Sowas kann ich bestimmt im Homeoffice auch super essen. Das ist bis zum 21.03.2021 haltbar. Zehn Stück sind da drin. Sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Jetzt können wir... Ja. So was witzigem. Das ist für mich oder für meinen Freund. Ich weiß gar nicht, wer von uns beiden das bestellt hat. Das ist einfach mal so eine Palette von diesen Landliebe-Drinks. Ja. Du hast natürlich hier durch Verbackungsmüll, ne? Hättest du theoretisch auch, wenn du so einen Laden kaufen würdest. Das darf man nicht vergessen. Das ist bis zum 11.04. haltbar. Ich glaube, das hat mein Freund sich ausgesucht. Genau. Ja, und das ist halt ein 12er-Pack. Ja. Ich feiere das so sehr. Ihr macht euch keine Vorstellung. So. Schokolade. Ja, Schokolade darf natürlich auch nicht fehlen. Da haben wir von Milka Peanut Crisp. Habe ich mir ausgesucht. Bis zum 3.4. haltbar. Nochmal. 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 Jetzt kann ich mir die ganze Zeit, wenn ihr das sehen könntet. Hm. Hm. Oh, ich liebe es. Okay, dann habe ich hier mein Ein und Alles von Milka. Das sind diese Pralinen-Geschichten. Die haben die halt auch da. Die haben halt auch gesagt, dass die zum Beispiel so von diesen Flughäfen aus diesem Duty-Free auch die Sachen aufkaufen. Die natürlich jetzt safe nicht gekauft werden. Und ja, finde ich nice, ne? Also, dass das quasi dann nicht weggeschmissen wird, finde ich nice. Diesen Shop wird es dann wahrscheinlich auch nach Corona noch weiterhin geben. Dass sie dann auch weiterhin die Sachen aufkaufen, die aus Supermärkten rausgenommen werden, die in Anführungsstrichen kurzes MAD haben. Teilweise geht es aber vollkommen klar. Es verkauft sich nur nicht mehr so gut, ne? Bis zum 10.10. sind die tatsächlich haltbar, ne? Also, voll krass. Mit Haselnuss-Creme. Hm. Hier haben wir noch eine Soße von Bullseye Dark Beer. Ja, die Grillsaison steht ja kurz bevor. Bis zum 16.7. sind die haltbar. Also quasi, ne? Jetzt so Sommer. Dann müssen wir demnächst mal grillen, um die dann auch zu essen. Dann Smoky Bacon. Herzhafte Bacon-Barbecue-Soße. Das ist tatsächlich auch eher was für die Männer. Ne? Also, ich mag nicht so gerne Bacon-Soßen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bis zum 15.7. ist die haltbar. Also, wir haben ja beide. Also, ich habe am 22. Mai meinen Freund am 4.6. Geburtstag. Das heißt, da werden wir spätestens grillen. Wir haben jetzt auch schon angegrillt. Und, ähm, ja. Werden wir immer mal wieder machen, ne? Und, äh, also nicht angrillen, sondern normal grillen. Und, ja. Dann haben wir Soßen. Dann habe ich mir noch die hier mitgenommen. Oder mein Freund. Äh, Crunchips Steckers Sea Salt. Das sind diese hier. Ja, auch wieder Chips. Herzlich willkommen. Dies ist ein Kindergeburtstagshall. Äh, erster, dritter. Also, das ist im Prinzip schon abgelaufen. Also, zehn Tage drüber. Das heißt, die werden wir jetzt direkt essen. Aber, es ist nicht tödlich. Ein Getränk habe ich noch mitgenommen. Und zwar von Spitz Rosalie Sirup. Oh, Mausi. Du hast es so schwer im Leben, ne? Und sowas mache ich mir auch ehrlich gesagt gerne in unsere Sodastream-Geschichten rein, ne? Mit Rosenblüte und mit Litchi ist das. Hier sind 0,7 Milliliter drin. Und das war das Produkt, wo mein Freund mich fragte, ob ich wüsste, wie Litchi schmeckt. Ich sage, ja, ich weiß, wie Litchi schmeckt. Ähm, das sind ja diese Früchte, die sind so, ja, weiß. Und außen drum zu haben die so eine interessante Schale und drin so einen komischen Kern. Das macht ein komisches Gefühl auf den Zähnen, finde ich, wenn man die isst. Die Früchte, ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Litchi gegessen hat, so aus dem Laden. Das sind ja diese, ne? So groß sind die ungefähr. Ähm, aber vom Geschmack her mag ich die gerne. Und wenn du halt den Sirup hast und es dann halt in dein Getränk machst, dann hast du ja nur den Geschmack. Und du hast nicht dieses Gefühl von dem Fruchtfleisch auf den Zähnen und auf der Zunge. Deswegen fand ich das ganz nice. Siebenfach verdünnbar. Ja, läuft bei ihm, ne? Nee, finde ich cool. Ja. Mein Freund hat sich auch noch so Desserts mitgenommen. Puh, der wäre hier fast kaputt gegangen. Ist er aber nicht. Ähm, Mertinger Milchhof. Pudding-Dessert. Schoko. Bis zum siebten, vierten haltbar. Finde ich super interessant. Ich persönlich hätte jetzt gedacht, es kommt irgendwie gekühlt oder sowas an. Haben wir übrigens drei Stück von. Nee, ohne Kühlung haltbar. Steht ja auch extra drauf. Das ist spektakulär, ne? Siebter, vierter. Ja, da hat mein Freund jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall gut was zu mampfen. Da wird er sich freuen. Ich sage das so oft, er wird sich drüber freuen. Ich werde mich auch über Dinge freuen. Wir freuen uns alle über diesen Haul und wir freuen uns vor allem, dass ich jetzt mich noch entsetze und das Video drehe, damit wir heute Abend schon anfangen können zu naschen. Läuft. So, dann habe ich noch ein bisschen Energie mitgenommen und zwar Dextro Energy Energy Kiss schnell direkt. Ähm, also einmal so. Das ist dieses hier. Ich finde das immer ziemlich wichtig, gerade, ähm, ich bin halt ein Mensch mit Kreislaufproblemen öfters mal, ne? Und dann nehme ich mir einfach so ein Energy Gedönsen, so ein Traubenzuckervieh und dann geht's mir einfach besser. Das hier ist mit, ähm, also Dextrose Täfelchen mit Pfirsichgeschmack und Vitamin C haltbar bis 30.04.2022. Also, ganz ehrlich, ne? Das ist noch ewig und zwei Jahre haltbar. Ähm, ähnlich geht es mit diesem hier, mit dem Kraftstoff Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Konzentration. Ja gut, ne? Das ist halt nice mit Cassis Geschmack und zehn Vitamine steht hier drauf. Ja, ist doch cool, ne? Ja. Hm. Der Kindergeburtstag geht weiter. Hiervon habe ich mehrere. Ähm, die waren im Tagesangebot und das Tagesangebot heißt, dass es halt nochmal extrem reduziert war. Und, ähm, ja. Okay. Ähm, da habe ich mir die Smackbox Tortilla Chips and Cheese Dip. Das sind diese hier. Und das ist halt so eine komplette Packung, wo du dir dann das Ganze irgendwie in die Mikrowelle packen kannst und dann halt in der Box genießen kannst. Jedenfalls steht's hier hinten so drauf. Ja, ne? Das ist schon ziemlich cool. Das ist A, 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 April, Key. Nein, April, A, Key. Mhm. Läuft bei ihm. Ähm, haltbar bis zum 7.03.2021. Das heißt, es ist quasi gerade abgelaufen. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, es ist nicht wirklich. Und da habe ich halt noch zwei weitere. Ja. Ja, die hat mein Freund sich ausgesucht, die mag der ganz gerne, Chocolat-Chips, original, das sind diese hier von Nestle, genau, das, ich habe schon wieder so oft genau gesagt, es tut mir leid, falls ich irgendwen damit triggere, ich hoffe, ihr trinkt euch einfach irgendwas Kurzes oder so, oder, keine Ahnung, habt dann einfach einen Moment der Selbstliebe, wenn ich das jedes Mal sage, bis April 2021 ist es haltbar. Ja, ich glaube, dass wir jetzt so zum Ende des Monats hin noch ziemlich viel naschen werden und dann Anfang April ziemlich wohlgenährt sein werden. Ja, dann habe ich noch allerhand von diesen Tüten, nein, ja, also man kennt sie eigentlich unter diesen Yum-Yum-Nudeln, aber die gibt es halt auch von anderen Marken heute, ne, von A1, Instant Nudels, Meat Hum, das ist mit Schrimmgeschmack, das ist, ja, in so einem Mehrfachpack gewesen. Es ist nicht so ultra gesund, ne, ne, aber es ist halt ein schnelles Gericht, wenn man mal einfach Bock drauf hat, ähm, ich finde hier schon wieder nicht das MHD, online steht das überall mit bei, ne, also das ist schön da auch richtig mit abgedruckt, dass man das auch sehen kann, da weißt du halt, was du bekommst, ähm, ja, mindestens haltbar bis hier Aufdruck, vielen Dank dafür, finde er mal diesen Aufdruck. Sie. Der 7.2022, ewig kalten. Ewig, Sammy. Ja, nochmal zwei, ich glaube es war ein 10er-Pack, glaube ich. Äh, fünf. Ähm, Fünfer-Pack, okay. Weil mein Freund hat sich das mit, äh, Rindgeschmack mitgenommen und da haben wir dann auch entsprechend eins, zwei, fünf, da, nochmal drei, ne. Jo, also wie gesagt, kann man gut gebrauchen und in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten einem Jahr können wir das bestimmt auch brauchen. Und jetzt habe ich sogar noch ein bisschen Haushalt. Ich denke, dass das irgendwie so ein Produkttest oder sowas war, weil, ähm, ja, das sind halt im Prinzip nur zwölf Tabs pro Fee, aber das war in einem großen Pack, die wollten es wahrscheinlich auch, ähm, loswerden. Kleiner Fun-Fact, ich habe gestern erst eine Bestellung bei, ich glaube, DM aufgegeben und habe tatsächlich Spülmaschinentabs mitbestellt. Warum? Ich habe es vergessen wahrscheinlich. Und hiervon haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Packungen. Ähm, von dem, hm, ist ein bisschen voll hier, wegen Überfüllung geschlossen. Finish Powerball 12 All-in-One Tabs und 0% Duftstoffe und Konservierungsstoffe ohne Auspacken dank wasserlöslicher Folie. Das ist voll geil, ne? Und das war halt super günstig. Also, teilweise hast du da nicht so eine Riesenersparnis, da hast du da irgendwie nur zwei, drei Prozent oder so steht da drin. Und, ne, muss da nicht unbedingt sein. Aber wenn du dann, ähm, halt richtig Ersparnis machst, läuft. Fand ich auf jeden Fall nice. So, ja, das ist unsere kleine, aber feine, sagen wir klein, ne? Unsere Ausbeute auf jeden Fall. Das Sortiment ändert sich natürlich immer mal wieder dort, ne? Weil das ist halt, je nachdem, was du reinkommst, das ist halt dieses typische Postenbörse-Prinzip. Wir haben bei uns ja auch zum Beispiel die Postenbörse, ähm, in der Gegend überall. Die kaufen ja auch erst Bestände auf und verkaufen das deutlich günstiger wieder an den Endverbraucher. Ja, und mir gefällt das, was ich hier so auf dem Tisch habe. Das kann ich jetzt schön einsortieren. Und, ähm, dann können wir die nächsten Wochen, Monate, hier von Schlimm, ist das hier wirklich leer? Und da ist hier noch was drin. Ja, ist hier leer. Da haben wir unten auch noch so eine Lage mit diesen Viechern drin, ne? Herrlich. Doch, also, finde ich cool. Werden wir auf jeden Fall wieder machen, ähm, weil ich das auch irgendwo nachhaltig finde. Weil ansonsten würden die Supermärkte oder halt die Firmen, ähm, die Sachen ja wegschmeißen. Und das ist dann halt auch blöd. Dann hole ich mir das lieber für ein bisschen kleineres Geld bei, ähm, Name vergessen. Steht hier die Kraut, Claudia. Mutatos. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, falls ihr noch solche ähnlichen Angebote habt oder, äh, Online-Shop-Empfehlungen wie Mutatos, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann können wir uns nämlich alle da mal ein bisschen austauschen. Ähm, weil ich das cool finde. Ja, genau. Ihr Lieben, das war's, ne? Ja, war's ein Ende. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Ja. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.